Hallo, moin, liebe Rellingerinnen und Rellinger. Ich bin Sabine Posten mit Sonja Duestig, die Initiatorin von Rellingen Summt. Das ist ein ganz spannendes, tolles Projekt. Wir wollen mehr Blühflächen in Rellingen schaffen und da kann jeder mitmachen. Es gibt nächstes Jahr zum Apfelfest eine große Ausstellung. Jeder hat die Gelegenheit, entweder einen Blumenkasten oder ein Stück Beet umzugestalten. Ziel ist es dabei einfach, was für die Insekten zu tun. Auf der einen Seite, dass die mehr Gelegenheit haben, sich weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln. 75 Prozent der Insekten sind schon weg aus Deutschland und wir wollen was dagegen tun. Und auf der anderen Seite machen wir gleichzeitig unseren Ortskern und alle Gärten noch attraktiver für unser liebenswertes kleines Rellingen. Am Samstag findet hier im Pop-Up-Store, wo wir gerade auch vertreten sind, auch mit unseren Flyern, holen Sie sich den gerne ab, finden Sie auch am Samstagvormittag einen kleinen Stand. Wir bauen Insektenhotels mit Kindern. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Insekten brauchen nicht viel. Und wer weiß, vielleicht ist das noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also liebe Rellingerinnen und Rellinger, machen Sie mit. Tschüss, ich freue mich auf Sie.